Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Für Crusader Kings 3 gibt es schon wieder zwei neue Entwicklertagebücher und die sind doch voller Stoff und interessanter Dinge, dass auf jeden Fall ein neues Video gerechtfertigt ist. Diese beiden Tagebücher beschäftigen sich mit dem Thema der Karte, wie sieht das konkret aus und mit dem Thema der Kriegsführung. Und da beides sehr eng miteinander zusammenhängt, passt das wunderbar, das in einem Video hier zu behandeln. Vielleicht vorweg ein paar allgemeine Informationen. Der Umfang der Karte, also die geografische Ausdehnung, entspricht in etwa der von Crusader Kings 2. Sie gehen ein bisschen weiter in Richtung Osten, das heißt ein bisschen von der Mongolei ist noch mehr drin, Tibet ist mit drin, aber nicht China. Und sie gehen ein bisschen weiter in Richtung Süden, das heißt die Sub-Sahara-Gebiete bis zur nigerianischen Küste sind mit drin. Ansonsten haben sie natürlich viel neu recherchiert, die Jure-Gebiete neu organisiert. Es gibt neue Königreiche, neue Herzogtüme. Und so weiter. Also die Karte wird sich auch in der Struktur verändern. Was dann die Karte an sich betrifft, die Darstellung betrifft, wollen sie eine Klarheit schaffen. Also, dass man auf den ersten Blick sieht, was los ist, vor allem was das Terrain betrifft. Und ich finde, das ist ihnen ganz gut gelungen, wie man in diesem Beispiel sehen kann. Das heißt, wir sehen hier unterschiedliche Terrain-Typen der einzelnen kleinen Gebiete. Hier wird eine normale Ebene sein. Hier, das wird Sumpfland sein. Und das ist klar abgegrenzt. Ihr seht hier die gestrichelten Linien. Das sind die Gebietsgrenzen zu dem nächsten Gebiet, wo dann wieder Ebene ist. Oder hier haben wir einen Wald und so weiter. Was auch zu vermuten ist, wenn man sich das hier anschaut, dass die Flüsse immer nur an den Grenzen der einzelnen Gebiete liegen, sodass dann auch sehr schnell offensichtlich ist, hat man einen Flussübertritt oder nicht. Sie übernehmen auch hier das Prinzip der dynamischen Karte. Das kennen wir schon aus Hearts of Iron und Imperator Rom. Das heißt, je nach Zoom-Stufe wird einem etwas anderes angezeigt. Wenn man nah herangeht, sieht man eben die Terrain-Karte, kann also vor allem seine Truppen bewegen und erkennt dort alle Informationen. Und man sieht die Namen der Grafschaften. Wenn man weiter rauszoomt, sieht man dann die politische Karte. Ich zeige euch mal hier einen Screen, den ihr schon kennt. Also da sieht man mit klaren Farben gezeichnet, die politischen Zugehörigkeiten. Wenn man noch weiter herauszoomt, wird man auf so eine stilisierte Papierkarte kommen. Vielleicht ist das auch schon so ein bisschen der Übergang zu dieser Karte, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall drei Kartenstile wird es bei dieser dynamischen Karte geben. Es gibt aber natürlich auch noch andere Kartentypen, die andere Informationen bringen. Ganz wichtig noch in Bezug auf Terrain, es wird wieder die Unterscheidung geben zwischen normalen Flüssen, die seht ihr hier oder da oben, und großen Flüssen. Das gab es ja auch schon bei Crusade Kings 2. Auf großen Flüssen konnte man dort sogar mit Schiffe befahren, mit Schiffen befahren, zumindest die Wikinger konnten das. Wie sie das hier handhaben, weiß ich nicht. Ich spekuliere mal, dass das so ähnlich laufen wird. Aber was viel wichtiger ist und was neu ist, dass man diese großen Flüsse nicht einfach jederzeit überqueren kann. Man kann also nicht jederzeit hier von diesem Gebiet in dieses hier ziehen, sondern nur an bestimmten Stellen, die auf der Karte ersichtlich sind, durch diese kleinen Brückensymbole. Das müssen nicht immer nur Brücken sein, das können auch Pforten sein, aber da weiß man sofort, an diesen Stellen kann man diese Flüsse übertreten. Das ist natürlich wiederum strategisch interessant, wenn man diese Sachen verteidigen will im Krieg, sich dort an dieser Stelle zu positionieren, um den Gegner zu empfangen. Das wird sicher große Vorteile bringen. Ansonsten gibt es auch mehr und differenziertere Landschaftstypen. Ihr seht es hier schon. Wir haben also hier normale Ebenen. Wir haben dann hier so Farmland. Die sind sicher fruchtbarer und reicher und bedeutsamer. Wir haben Wald, aber wir haben auch unterschiedliche Typen von Wald. Taiga, Wald ist dabei. Und wenn wir in südlichere Gefilde gehen, haben wir dann natürlich auch Wüsten und Trockenländer. Ob das jetzt hier Schwemmland ist oder noch irgendwas Besonderes, weiß ich nicht. Das wird sich dann zeigen. Ich glaube, das ist hier nur die Differenz zwischen Wüste und Wüste. Vielleicht allgemein Ebene oder Trockenland. Wir werden das sehen. Ja, ganz wichtig natürlich auch das unpassierbare Terrain, was es schon bei Crusader Kings 2 gibt, aber was deutlich mehr werden wird hier und auch kleinteiliger werden wird. Ihr seht es hier am Beispiel von Nordafrika, Marokko. Große Gebiete dieses Gebirges sind unpassierbar. Dementsprechend gibt es natürlich dort auch keine Baronien, Herzogtümer, Grafschaften und so weiter. Und man kann mit seinen Truppen dort nicht durchziehen, sondern muss bestimmte Passstellen, Passwege nutzen, die natürlich super geeignet sind, um sie dann wieder zu verteidigen, dort Burgen hinzubauen etc. Also auch das alles taktisch dann interessanter. Das Ganze soll es nicht nur mehr geben, sondern auch kleinteiliger. Es wurde erwähnt, dass zum Beispiel in Böhmen kleinteilig unpassierbares Terrain da ist, vermutlich in diesen Gebirgszügen um die böhmische Tiefebene oder um die böhmische Ebene herum, um das Becken dort. Das wird sicher sehr interessant sein. Gut, nächstes Thema. Baronien. Das ist schon bekannt, aber ich wiederhole es nochmal. Baronien werden erstmals bei Crusader Kings 3 auf der Karte sichtbar sein und auch natürlich dann betretbar durch Armeen. Ihr seht das hier sehr schön. Wir haben hier die Grafschaft Suffolk mit vier Baronien drin. Oder zumindest theoretisch vier. Dazu komme ich gleich. In der Regel, so eine normale Grafschaft wird zwischen zwei und fünf Baronien ausmachen. Und insofern sind die Grafschaften, in denen es mehr Baronien gibt, natürlich die bedeutsameren, weil dort eben mehr Reichtum vorhanden ist. Es ist einfach schon ein wesentlicher Unterschied, ob man aus zwei Baronien, egal wie groß sie sind, Steuern bezieht oder aus fünf kleineren. Das ist dann deutlich mehr. Nicht nur Steuern, sondern auch Männer, die das stellt. Also das wird der wesentliche Faktor des Reichtums und der Bedeutung von Grafschaften sein. Es wird auch leere Baronien geben. Das seht ihr hier. Zum Beispiel, das ist eine leere Baronie. Hier ist eine leere Baronie. Das gab es ja schon bei Crusader Kings 2. Das ist sozusagen Slots gab, die man bebauen kann. Und so wird das hier auch sein. Man kann sich dann entscheiden, ob man eine Stadt oder ein Kirchenland oder eine Burg dort hinbaut. Hier seht ihr auch die drei verschiedenen Baronietypen, so nenne ich es jetzt mal einfach, vereint. Ganz wichtig, Baronien sind nicht spielbar. Das haben sich doch einige gewünscht. Es gab auch eine gewisse Diskussion darum, aber sie haben sich entschieden, das nicht zu machen, weil es zu kleinteilig wird. Vermutlich auch, weil es dann vermehrte Performance-Probleme gibt. Und Baronien können auch nicht aus Grafschaften herausgelöst werden. Das ist ja bei Grafschaften und Herzogtümern möglich. Man kann also aus einem Diure-Herzogtum eine Grafschaft herausnehmen, dass die jemand anderes besitzt, der ein anderes Herzogtum besitzt. Das ist bei Baronien innerhalb von Grafschaften nicht der Fall. Das heißt, ein Baron ist immer der Lehnsmann des jeweiligen Diure-Grafen. Auch das eine gewisse Vereinfachung. Das ging nämlich bei Crusader Kings 2, führte manchmal zu merkwürdigen Situationen und schwierigen Situationen. Ich muss sagen, trauere dem nicht hinterher, weil für mich das im Spiel eigentlich relativ wenig Relevanz hatte. Es gibt auch eine Ausnahme, das sind nämlich Ritterorden. Man kann also, auch bei Crusader Kings 3 wird es Ritterorden geben und man kann diesen auch Baronien wohl stiften. Die haben dann die Kontrolle über diese Baronien, aber nur in dem Sinne, dass sie dort Einnahmen heraus erzielen und vermutlich die Manpower bekommen. Formal bleibt das Teil des eigenen Reiches. Soweit dazu. Jetzt lasst uns sprechen und das hängt wirklich eng miteinander zusammen über das Thema Krieg. Wie funktioniert nun Kriegsführung auf dieser Karte? Grundsätzlich kann man sagen, und jetzt müsst ihr hier ein bisschen eure Lesebrille nehmen, grundsätzlich kann man sagen, dass es drei verschiedene Arten von Kriegertypen gibt oder eine Armee besteht aus drei Elementen und zwar das sind einmal die sogenannten Levies, hier das kennen wir schon, das sind, ich nenne sie mal Bauernrekruten, dann haben wir die, neu heißt das jetzt Min at Arms, früher war das die Gefolgschaft, die Retinues, also das stehende Herr. Diese sind jetzt, nur diese sind jetzt differenziert, also die Bauernrekruten sind nicht mehr differenziert im Spiel, das ist eine Neuerung. Das heißt, das ist gewissermaßen einfach die Leute, die man vom Feld holt, wenn ein Kriegszug beginnt, denen drückt man irgendwelche Waffen in die Hand und ja, die sind dann das sogenannte Meat Shield, die sind schon wichtig, aber vielleicht nicht ganz so entscheidend, was die Spezialisierung der Armee betrifft. Also die eigentlich wichtigen sind die trainierten Leute, das stehende Herr, wenn man das mal ein bisschen ahistorisch ausdrucken möchte. Das wird es auf jeden Fall geben und es gibt hier noch, und das ist das dritte Element, ja, spezielle Ritter, Charaktere, besondere Charaktere, die mit in der Armee sind und das sind nicht Kommandeure, sondern allgemein bezeichnet als Ritter. Man muss die vermutlich unterscheiden, oder man muss die unterscheiden von der schweren Kavallerie, streng genommen ist das vermutlich die eigentliche Ritterschaft, also das sind die Ritter, wie man sie eigentlich so bezeichnet, aber was hier gemeint ist, sind halt Charaktere vom Hof, die in der Armee mitziehen und mitkämpfen. Also das sind die drei Elemente. Vielleicht sprechen wir mal insbesondere über dieses Gefolge, was ihr hier seht, repräsentiert durch diese drei differenzierten Einheitentypen in diesem Falle. Hier ist also eine Spezialisierung möglich, es gibt dann Standard-Einheitentypen wie leichte Kavallerie, leichte Infanterie, die schwere Infanterie, das kennt man, aber es gibt natürlich einzigartige Typen, die dann bestimmt werden durch die Kultur, die man hat oder die Region, der man ist oder Gebäude, die man gebaut hat und solche Geschichten. Also in den östlichen Steppen landen, wird man Bogenschützen, Reiter haben oder in den griechischen Staaten wird man Katafrakt-Kavallerie haben und solche Geschichten. Also das ist dann sehr stark spezialisiert, mit bestimmten Eigenschaften dann auch noch versehen. Wichtig ist, dass diese Gefolgschaft, diese stehende Armee, dass die wieder begrenzt ist, durch bestimmte Faktoren bestimmt. Das heißt, hier muss man sich wirklich entscheiden, was die Zusammensetzung der eigenen Armee betrifft, was man erreichen will in der Schlacht, denn die haben natürlich unterschiedliche Eigenschaften und sind auch gegen unterschiedliche Arten von Einheiten wiederum gut oder schlecht. Das ganze System mit den Einheiten ist ein bisschen, wie soll ich sagen, transparenter geworden, ein bisschen deutlicher geworden. Einheitentypen und auch diese Pikemen, die sind jetzt so ein Typ von diesem stehenden Herr, von dem Gefolge, die haben jetzt relativ klare Werte, die sofort erkennbar sind. Sie haben einen Angriffswert, einen Verteidigungswert. Diese beiden Werte sind in gewisser Weise neu. Das ist einmal der Verfolgungswert oder der Schutzwert. Wie gut sind sie nach der Schlacht dabei, Einheiten zu verfolgen, die fliehen? Wie gut sind sie dabei, Einheiten, die fliehen, eigene Einheiten, die fliehen, zu beschützen? Ihr seht, dass bestimmte Einheitentypen kontern, andere Typen, also die Speerträger oder Pikenträger, die kontern die leichte Kavallerie und die schwere Kavallerie, wie man sich das vorstellen kann. Und sie haben bestimmte Effekte, positive Effekte in bestimmten Terrain, wenn sie dort kämpfen. Außerdem gibt es natürlich wieder Unterhalt und wie teuer es ist, sie zu verstärken. Okay. Kommen wir vielleicht zu den Rittern, die ich angesprochen habe, also zu den besonderen Charakteren, die in der Schlacht mit dabei sein können. Wir sehen hier eine Übersicht, vermutlich von den Hofmitgliedern. Und ihr seht hier diese Bezeichnung Knight. Und nicht jeder ist Knight hier, you're Knight, you're Knight. Das heißt, es wird differenziert offenbar zwischen, ja, also nicht jedes Hofmitglied ist gleich Ritter. Denn auch die Zahl der Ritter, die in der Armee mitkämpfen kann, ist beschränkt. Die wird man vermutlich selbst bestimmen. Und hier ist entscheidend, der persönliche Kampfwert der einzelnen Person. Ihr seht sie hier. Natürlich hat jede Person einen persönlichen Kampfwert, aber, ja, als Ritter ist das natürlich besonders bedeutsam. Diese Ritter haben natürlich auch Eigenschaften, die im Kampf relevant sein können. Ihr seht sich hier symbolisiert, also ganz unterschiedlicher Natur. Ein Beispiel mal hier, ein heiliger Krieger. Die Eigenschaften, die bringt ein Vorteil im Kampf gegen Andersgläubige von plus 10. Was ein Vorteil ist, das will ich in Kürze erklären, aber ihr seht, wie das im Kern so funktioniert. Dann ist noch wichtig, ein Kommandeur. Es gibt nur noch ein Kommandeur einer Armee. Das heißt, sie haben wohl das Konzept der Flügel gestrichen. Nur eine Person, die das Ganze anführt. Auch da traurig der Sache, ehrlich gesagt, nicht hinterher. Denn, ja, ich glaube, die wenigsten Spieler haben das dann wirklich in der Praxis immer beachtet. Und es war eher Micromanagement unnötig. So, wie funktioniert nun das ganze Schlachtsystem konkret? Also, wie werden Gefechte, Schlachten ausgefochten? Dazu gibt es leider keinen Screenshot. Deswegen zeige ich euch mal hier so einen allgemeinen Screenshot, wo wir zumindest eine Armee mal auf der Karte sehen. Deswegen also jetzt eher Hörspielcharakter das Ganze. Also, das Ganze ähnelt im Prinzip den anderen Schlachtsystemen, wie wir sie aus Paradox-Spielen kennen. Also keine riesen Neuerung. Es wird wieder eine Schlachtbreite geben, die durch das Terrain bestimmt ist. Das heißt, in den Bergen gibt es eine geringere Schlachtbreite. Das ist dann ein guter Ort zu kämpfen für kleinere Armeen, wenn man gegen eine Übermacht kämpft. Da hat man eine größere Chance. Ansonsten, wenn man gegen eine Übermacht in der Ebene kämpft, dann kann die Übermacht, zahlenmäßig Übermacht, natürlich, das voll ausspielen. Dann wird es eine diverse natürlich Modifikatoren geben und die sind jetzt aber, und das ist so ein bisschen eine Neuerung, allgemein als Vorteile werden die bezeichnet und die werden zusammengerechnet. Das heißt, es kann Vorteile geben aus Terrain, aus der richtigen Konter-Truppe, ihr habt es gesehen bei den Pikenträgern, aus Eigenschaften der Anführer, aus dem Kampfwert des Kommandeurs. Das alles zusammengenommen wird einfach addiert und wird verglichen mit den Vorteilen der anderen Seite. Das heißt, nehmen wir mal an, unsere Seite hat einen Kampfvorteil von 50, die andere Seite hat einen Kampfvorteil von 20, dann wird das miteinander saldiert, am Ende bleibt ein Netto-Kampfvorteil von plus 30 für unsere Seite und dieser Kampfvorteil führt dazu, dass unsere Seite deutlich mehr Schaden macht, als die Gegenseite und damit eben, ja, mehr Gegner tötet oder zum Fliehen bringt und damit vielleicht die Schlacht für sich gewinnen kann. Die Frage ist, ist der Vorteil groß genug, zum Beispiel, wenn man zahlenmäßig unterlegen ist, um eine zahlenmäßig überlegene Einheit zu besiegen. Das ist dann der eigentlich spannende Faktor. Bis jetzt vermisst ihr vielleicht zwei Dinge, nämlich einmal Moral und einmal den Zufallsfaktor, der bisher immer dabei war. Also, Zufallsfaktor wird es weiterhin geben, das funktioniert aber ein bisschen anders und zwar wird das nicht allgemein in jener Schlachtphase für die gesamte Armee gewürfelt. Naja, irgendwie doch, aber es läuft anders, nämlich der Zufall bezieht sich jetzt auf den Kommandeur, nämlich der Kommandeur versucht entweder den Vorteil, den die eigene Armee hat auszubauen über einen guten Würfelwurf oder den Nachteil, den man hat, zu minimieren und auch dieser Wurf kann wiederum abhängig oder modifiziert werden durch bestimmte Eigenschaften des Kommandeurs. Wenn zum Beispiel ein Kommandeur sehr vorsichtig ist, dann führt das dazu, dass er auf keinen Fall zum Beispiel, ich sag's jetzt mal, keine Eins würfeln wird, das ist dann quasi für ihn nicht möglich, aber er wird auch keine Sechs würfeln. Mal abstrakt gesprochen, ob das mit den Würfeln so funktioniert, aber ihr wisst, ihr versteht das Prinzip. Das heißt, die extremen Würfe werden da nicht stattfinden. Wenn jemand zum Beispiel risikofreudig ist, dann werden die Extreme vermutlich häufiger auftauchen. Also so spielt das noch rein als neuer Faktor. Stichwort Moral. Ihr habt es schon an den Werten gesehen. Es wird keine Moral mehr geben in dem Sinne, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe es nirgendwo gesehen, sondern das System ist vielleicht so ein bisschen so wie bis bei Stellaris, wenn ich das mal vergleichen darf. Wenn eine Armee im technischen Sinne stirbt, also in diesem Schlachtsystem, dann gibt es eine Chance, dass sie tatsächlich tot ist oder wenn eine Truppentyp oder ein Mann oder wie man das auch mal bezeichnet, eine Kohorte, ein Regiment, also wenn das formal technisch stirbt, dann gibt es eine Chance, dass es tatsächlich, dass die tatsächlich sterben oder dass die nur verletzt sind oder dass die nur fliehen und später wieder zur Armee zurückkommen. So ein System ist schon zuletzt bei Cruiser Kings 2 eingeführt worden, bloß, dass jetzt nicht extra noch Moral berechnet wird. Okay, wenn niemand mehr, also wenn der eine Seite nicht mehr auf dem Platz steht, also weil alle formal gestorben sind, auch wenn sie vielleicht einfach nur geflohen sind, dann gibt es so eine Fluchtphase, nenne ich das mal. Und dort kommen jetzt die Werte zum Tragen, die ich euch vorhin gezeigt habe, nämlich Verfolgung oder Schutz vor Verfolgung. Wenn man dort jetzt Truppentypen dabei hat, die gut sind in der Verfolgung, kann man erreichen, dass mehr feindliche Truppen sterben oder aus dem Spiel ausscheiden, was natürlich wichtig ist. Das ist im Übrigen in der Tat historisch in den Schlachten wirklich ein extrem bedeutsamer Teil gewesen, denn während der Schlacht sind in der Regel die wenigsten gestorben. Irgendwann brachen halt die Reihen zusammen, es kamen zu panischen Fluchtsituationen und in dieser Fluchtphase sind tatsächlich in der Regel die meisten erschlagen oder getötet worden. Und wenn man dann, und das war vor allem der Sinn der Reiterei, vor allem der leichten Reiterei, wenn die dann zum Einsatz kamen, konnte man fliehende Fußtruppen wunderbar mit erledigen. Und so wird das hier auch sein. Oder man hat halt Truppen, die gerade in solchen Situationen Schutz bieten, sodass viele überleben werden. So, ein letzter oder nein, ein vorletzter interessanter Punkt in dem Zusammenhang ist das Thema Belagerung. Und da haben wir zumindest ein Screen und ihr seht schon, es gibt tatsächlich jetzt neue Belagerungseinheiten und diese Belagerungseinheiten, die sind jetzt auch Teil dieser festen Gefolgschaft. Das heißt, die sind auch Teil dieses Gefolgschaftslimits. Man muss sich also gut überlegen, ob und wie viel man davon haben möchte. Belagerungen sind der Hauptweg, um an Kriegspunkte zu kommen. Es sind gar nicht so sehr Schlachten, sondern nach wie vor die Eroberung von Burgen oder von Baronien. Es gibt, ihr seht es, vier verschiedene Typen, je nach Zeitalter oder nach Technologiefortschritt von Belagerungstypen. Wichtig ist, nur befestigte Besitztümer müssen belagert werden. Also das hier zum Beispiel, so ein kleines Dorf muss nicht belagert werden oder so ein Kirchengebiet auch nicht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert das? Wann wird man eine gesamte Grafschaft quasi kontrollieren? Wenn man alle befestigten Besitztümer eine Grafschaft erobert hat, dann hat man auch den Rest. Automatisch kontrolliert man diesen. Was ich nicht weiß, ob man zum Beispiel, wenn man jetzt Städte hat, ob man, wenn man dort Gebäude baut, zum Beispiel Mauern, ob man dann selber auch Städte noch befestigen kann. Das muss ich jetzt nochmal offen lassen. Das ist nochmal ein interessanter Punkt. Wichtig ist Burgen, also der Besitztumstyp Burg ist immer befestigt und auch die Grafschaftszentren sind immer befestigt. Das heißt, wenn ein Grafschaftszentrum eine Stadt ist oder ein Kloster, dann ist dieses auch befestigt. Das muss dann immer belagert werden. Und hier gibt es wieder ein unterschiedliches Vorlevel, dass man durch Gebäudebau natürlich erhöhen kann. Das bestimmte natürlich die, ja, die Dauer und die Schwierigkeit der Belagerung. Es wird wieder Belagerungsevents geben, die das Ganze langsamer oder schneller machen. Und jetzt, die Funktion der Belagerungswaffen besteht vor allem darin, dass sie die Mauern brechen können. Also nur mit Belagerungswaffen werdet ihr die Mauern des Gegners brechen können und dort, ja, und dort einen Sturmangriff dann machen können. Das ist also die Voraussetzung für den Sturmangriff, den wir schon aus Crusader Kings 2 kennen. Auch hier ist es wieder so, wenn man bei einer Belagerung selbst als Belagerer von einer anderen außenstehenden Armee angegriffen wird in der Baronie, dann gilt man als formell als Angreifer und das heißt, man muss mit den Terrainnachteilen zu kämpfen haben, wird man damit zu kämpfen haben. Joa, ansonsten, Flüsse bedeuten wieder natürlich einen heftigen Angriff. Angriffsmalus, ich denke mal, das wird dann nochmal differenziert zwischen normalen Flüssen oder großen Flüssen. Wir sind jetzt nämlich auch fast schon am Ende, aber eine Sache muss ich euch noch erzählen, das wird hier jetzt ein bisschen hörspielmäßig sein, weil ich euch das nicht zeigen kann auf der Karte. Es gibt nämlich ein Versorgungssystem, das ganz interessant ist und das auch neu ist. Was es nicht geben wird, es wird keine Kontrollzonen geben, also so wie bei EO4 oder bei Euromberater Rom, also Burgen machen keine Kontrollzonen, die man dann nicht überschreiten kann, aber das Ganze ist durch ein Versorgungssystem so ein bisschen auch organisiert und geregelt. Und zwar, das funktioniert so, eine Armee trägt erstmal eine Art Grundversorgung bei sich. Wenn man in eine feindliche Baronie kommt und dort nicht das Versorgungslimit überschreitet, ist es kein Problem, dann kann man da wunderbar durchlaufen oder belagern, ohne dass was passiert. Wenn aber die Armee größer ist als das Versorgungslimit, dann wird die eigene Versorgung, die man mit sich trägt, verbraucht. Das heißt, man hat erstmal auch noch keinen Verschleiß. Erst wenn diese eigene Versorgung verbraucht ist, beginnt der Verschleiß. Wenn man irgendwo ist in einem Gebiet, das man selbst kontrolliert und sich unterhalb des Versorgungslimits befindet, dann wird langsam der Nachschub, den man mit sich trägt, wieder aufgebaut, sodass man dann weiterziehen kann. Wichtig ist auch, wenn man niedrig versorgt ist, wenn man also nicht volle Versorgung bei der Armee hat, dann hat man einen weiteren Nachteil in der Schlacht. Das bedeutet unterm Strich, man kann bei Cruiser Kings 3 durchaus im Hinterland des Feindes agieren, indem man Burgen überläuft, einfach irgendwo hinzieht. Aber es kostet dann sehr schnell Verschleiß und viele Männer, weil man dann dort eben nicht einfach versorgt wird, weil irgendwann der Nachschub ausgeht, wenn man nicht nur mit einer ganz kleinen Armee dort unterwegs ist. Ja, liebe Leute, soweit zu diesen neuen Informationen. Klingt meines Erachtens alles sehr ansprechend und auch das, was gestrichen wurde, finde ich sinnvoll. Das sind Features, die ich eher als nervig empfunden habe. Ich bin gespannt, wie ihr das seht und ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es wieder ausreichend Stoff gibt, um über Cruiser Kings 3 zu berichten. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.